Die hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab dem 5. Oktober zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der möblierten Wohnung liegt bei ca. 42 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 590 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF, 2020